«Kick-Off» wird präsentiert von «Sporttipp», der Schweizer Sportwette. Nach einer Woche Coup-Pause geht es weiter mit der fünften Runde in der Reifisen Super League. Und damit ganz herzlich willkommen zur Vorschau-Sendung «Kick-Off». Die Berner Young Boys treffen nach dem Champions-League-Qualifikations-Heinspiel gegen Roter Stern und Belgrad auf der FC Zürich. St. Gallen und Lugano wollen beide endlich wieder mal gewinnen. Und der FC Basel will nach regelrechten Horror-Wochen zurück in die Spur finden. Sie sehen, wir haben mehr als genügend zu besprechen mit unseren beiden Super League-Experten. Heute hier im Studio mit Jorge Spregghi und Philipp Montadar. Schön, dass Sie hier sind. Anfangen wollen wir aber mit etwas ganz anderem zwischen der Football League-Plan, nämlich eine grössere Reform in der Super League. Ab der Saison 2021-2022 soll die Liga neu daherkommen. Und zwar sollen ab dann nicht mehr wie bis jetzt 10 Teams, sondern 12 Teams in der Super League spielen. Und nach 22 Qualifikationsrunden sollen einerseits die Punkte halbiert werden, die die Mannschaften bis dahin geholt haben. Andererseits wird die Liga aufgeteilt in eine Finalrunde der besten Sechs und in eine Platzierungsrunde der schlechteren Sechs. Und am Schluss der Tabelle steigt dann der 12. direkt ab. Und der 11. spielt Barrage gegen der 2. Beste auf der Challenge League. Das also gleich wie bis anhin. Philipp, wo siehst du die Chance in dieser Liga-Reform? Die Chance ist sicher mal geografisch gesehen, dass sicher der eine oder andere Klub wieder Möglichkeit hat, sich in der Super League zu etablieren mit den zwei neuen Plätzen. Die Chance sehe ich aber auch darin, dass für die Mannschaften, die jetzt im Mittelfeld umtümpeln, ich sage mal, die letzte Saison ausgeschlossen, geht es manchmal bei einigen Klubs um nichts mehr. Und da ist doch mit dieser Reform gibt es die Möglichkeit, dass die Meisterschaften bis zum Schluss in gewissen Punkten einfach attraktiv bleiben. Und eben Abstieg in Europa-League-Plätze auch für die unteren und natürlich auch mit den Meistern. Wo siehst du die Gefahren, George? Also ob das besser wird sein nachher der Meisterschaft, bin ich nicht überzeugt. Oder ob das Niveau besser wird sein. Weil für mich ist es auch speziell. Man hat die erste Runde, die man machen tut, von einer Qualifikation, in den Frühling reinnehmen. Also hat man natürlich auch wieder weniger Spiele. Es sind ganz so vier Runden weniger. Es sind über 20 Spiele, die nachher fehlen. Und nachher für mich ganz speziell ist natürlich, dass der siebte, nachher so die Möglichkeit hat, in Europa gehabt, obwohl das der vorher gar keine Möglichkeit hatte. Das ist für mich ein bisschen künstliche Hochhaltung von einer Rangliste, von einer Unterung. Aber ob die Zuschauerzahlen auch so werden mitspielen, wo es sich, dass der Verband erhoffen tut, mache ich gleich ein Froßes, fragt sich. Ob denn die Liga-Reform in der Form, in der Form, die wir sie jetzt gerade vorgestellt haben, auch definitiv wird kommen, oder es wird entschieden im November an der Generalversammlung von der Liga. Jetzt wollen wir uns aber aufs Wochenende stürzen, wo bevorsteht die Superliga mit einem Spiel, das wir schon hinter uns sehen, zwischen IB und dem FC Zürich. Die Berner Young Boys müssen also nur gerade drei Tage nach einem schwierigen Qualifikationsspiel gegen Roter Stern Belgrad wieder antreten. Philipp, ist das vielleicht die grosse Chance für den FC Zürich? Ich sage nicht, sie müssen wieder, sie dürfen wieder antreten. Das ist ja genau das, was wir schon viel thematisiert haben. Eine Mannschaft, die europäisch dabei ist, die ist im Flow drin, die spielt, die hat den einen Ernstkampf nach dem anderen. Und es gibt doch nichts Schöneres. Jetzt haben sie am Mittag gespielt, jetzt können sie am Wochenende wieder spielen. Was willst du noch mehr als Spieler? Du hast weniger Training, die Erholungszeit ist da, du hast ein breites Kader, wo du punktuell mit dem einen oder anderen auswechseln kannst. Also ich sehe es eher als Vorteil. Man ist noch Anfang Saison, also die haben schon noch Kraft. Ist die Erholungszeit wirklich da, Charles? Man hat am Mittwoch gespielt, man hat es am Samstag schon wieder und weiss ganz genau, am Dienstag spielen wir dann noch auswärts in Belgrad. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, da wird der Trainer Gino schliess daraus ziehen, wird schauen, wie die Mannschaft jetzt weg ist, jetzt so nach der Erholungsphase. Und da wird er sicher punktuell ein oder der anderen Wechsel machen. Er hat ein relativ sehr grosses Kader, hat er ein gutes Kader, eine gute Mischung drin in dem ganzen Kader und von daher hat er wirklich die Möglichkeiten immer wieder das Maximum rauszuholen. Und Philipp hat gesagt, ich meine, als Spieler ist nichts Schöneres als Mittwoch, Samstagssamts, Mittwoch spielen, wenn man so einen Rhythmus durchkommt und jetzt ist man richtig so, ich möchte den Rhythmus mitnehmen vom Europacup, das Tempo mitnehmen vom Europacup und das ist eigentlich immer wieder ein grosser Vorteil, wenn man nachher auf einer Mannschaft treffen tut, von der Schweiz. Das bestätigen auch ein Resultat aus der letzten Saison, da hat nämlich IB zwischen den Qualifikationsspielen in der Champions League, die Meisterschaftsspiele dazwischen, Alice Souverain gewonnen gehabt, also vielleicht wenig Hoffnung für den FC Zürich. Stichwort Hoffnung für IB, die ist am Mittwoch sicher ein bisschen zurückgekommen mit der Rückkehr von Guy Varro. Der Stürmer ist nach einer langen Verletzungspause wieder eingewechselt worden und hat prompt das gemacht, nur drei Minuten später, wo er am besten kann, nämlich Goalschiessen. Es war das wichtige 2 zu 2 in diesem Heispiel gegen Roter Stern Belgrad. Es stellt sich natürlich die Frage, morgen gegen Zürich Philipp ihn gerade nochmals weiter forcieren, damit er in den Rückspielen nochmals ein bisschen mehr Spielpraxis hat, oder morgen vielleicht eher nochmals schoner? Also es ist ganz klar, weil man sieht, wie er vom Formstand da ist, aber normalerweise hat er jetzt doch die Vorbereitung in der Mitte gemacht, jetzt hat er wieder ein paar Wochen, als er verletzungshalber ausgefallen ist, kommt ganz darauf an, wie er sich körperlich fühlt, aber ich denke, das ist wieder das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn ein Spieler im Rhythmus drin ist, dann läuft er, dann kommt er rein, und er ist auf Betriebstemperatur, und es hat ihm gut getan, es hat der Mannschaft gut getan, als er gespielt hat, und ich glaube, wenn sein Fitnessstand auf dem Niveau ist, wo er sollte, macht es absolut Sinn, dass man ihn am Samstag wieder einsetzt, und dann seine Spielpraxis auch wieder sammeln kann. Und wie wichtig ist das, dass er ja gezeigt, dass er ja nicht nur das Goal, das er gemacht hat, er ist ja auch noch so eine weitere Topchance gekommen, spricht er dafür, ihn möglichst gegen den FC Zürich wieder zu bringen? Ja, wie gesagt, muss man sich überlegen, ob man ihn von Anfang schon bringen will, oder ob man ihm erst wieder einen Teilinsatz hat, dass er einfach in den Rhythmus langsam drinnen kann, und ich glaube, er ist alt genug, und er weiss genau, und er spürt seinen Körper genau, was er zu tun muss, und er wird das auch absprechen, mit dem Trainer, und sagt, ich bin fit für 60 Minuten, oder ich bin fit, für eine zweite Halbzeit wieder reinzukommen, und nochmal voll Dampf zu geben, der Mannschaftsunterschutz, und ich glaube, das ist eben die gute Kommunikation, was ich untereinander hat, der Trainer und er, und das spüre ich nachher, weil es bringt nicht, den Spieler zu bringen, oder jetzt zu forcieren, und zu sagen, du bist wichtig, dass du ihn da einsetzen kannst, wenn er sich nicht wohlfühlt, und ich glaube, das ist eben die Entscheidung des Spielers wichtig, dass er ehrlich ist mit sich selber. Der Guillaume Waro, also ganz sicher ein Thema, morgen für den Berner Young Boys, ganz sicher noch kein Thema, und das nicht nur morgen nicht, sondern noch länger nicht, ist der Mohamed Ali Kamara, der Innenverteidiger, hat sich ja bekanntlich, Anfang August, im Trainingsscheinbein gebrochen, und fällt mehrere Monate aus, die Berner Young Boys, die haben reagiert, auf den Transfermarkt, und haben den Friedrich Sörensen verpflichtet, wir sehen ihn hier, ein 27-jähriger Innenverteidiger aus Dänemark, 1,94 Meter gross, kommt Lewis vom 1. FC Köln, und bringt eine Menge Erfahrung mit, mit 81 Bundesligaspielen, und 69 Spielen in der Serie A, 17 davon sogar, für das grosse Juventus Turin, und auch ein Länderspiel, für Dänemark, hat Friedrich Sörensen schon gemacht. Wir haben nachher gefragt, beim Sportchef der Berner Young Boys, beim Christoph Speicher, was die Beweggründe gewesen sind, für den Transfer. Wir haben sicher einen Innenverteidiger geholt, der schon eine gewisse Erfahrung hat, wir haben momentan mit Fabian Lustenberger, natürlich einen, der Erfahrung mitbringt, mit Nicola Bürgi, Cedric Zesiger, zwei talentierten dazu, und da haben wir einfach noch jemanden gebraucht, der eine gewisse Anzahl von Profispiels gemacht hat, der eine gewisse Physis mitbringt, eine gewisse Mentalität, und ich glaube, den haben wir gefunden mit Friedrich. Ich glaube, er hat sich gut integriert, er ist ein sehr angenehmer Typ, wirklich ein Top-Profi, absolut. Aber klar ist, er muss sich ein bisschen daran gewöhnen, jetzt wie wir spielen, es ist der Kunststrasse, und die Zeit werden wir ihm sicher geben, aber ich bin überzeugt, dass er uns da in den nächsten Wochen und Monaten weiterhelfen kann. Kann er die grosse Verstärkung werden für die Innenverteidigung der Berner? Ja, das wird sich weisen, aber ich denke, jetzt mal das Palma Ressonair mitbringt, und was ich natürlich immer interessant finde, gerade ein Spieler, der eigentlich doch Juniorenzeit und eine Aktivzeit in Italien verbracht hat, gerade einen Innenverteidiger, ist taktisch sehr, sehr gut geschulen, das kennen wir, die italienischen Verteidiger sind da wirklich, sagen wir nicht umsonst, einfach wirklich fast die Weltbeste, und das bringt er mit, er bringt die Erfahrung von zwei grossen Ligenen nach Bern, und von dem her, denke ich mal schon, hat er ein gewisses Renouement, wo er die Mannschaft sicher weiterentwickeln kann, er hat ein Länderspiel gemacht, also von dem her, ich finde es ein spannender Transfer, aber wird sich auch weisen, wie er natürlich in dieser ganzen Mannschaft das System von Gerard Oseane auch annimmt, kann natürlich interpretieren. Wenn Ibe George so einen Spieler vom Renommé erholt, vom Sörensen, dann ist das irgendwo durch ein Zeichen für die jungen Innenverteidiger Cessinger-Bürgi, dass es für die im Moment doch noch nicht ganz reicht, darf man das so interpretieren? Ja, muss ich so sagen, es war eigentlich ohne Kak-Port, dass die zwei eigentlich der zweite Schminnerverteidiger wäre eigentlich der Kamara gewesen, und der hat dann nachher das Bein gebrochen, leider, und da sieht man einfach auch, international reicht das doch sicher noch nicht, das hat man zwei gerade gesehen im Spiel gegen Roter Stern Belgrad, dass aber dann doch andere Kaliber auf einen zu kommen, und ich glaube, Ibe will vorher dabei sein und will auch in der Champions League spielen, und da brauchen sicher auch erfahrene Spieler, und von der Qualität vom Sörensen hat man sicher etwas geholt, was sicher das Handygebnis wird sein, ist ein bisschen Spielpraxis, was man fehlen tut, dass er doch wenig gespielt hat, und dass er jetzt auch sukzessiv aufbufft wird, aber ich kann mir gut vorstellen, die Einer sind solide Fussballer, die haben gute Charakter, schiessen, was schwellend, sind fokussiert, auch immer wieder auf das Gewinnen, und ich glaube, vom Charakter her wird sie sicher auch sehr gut in die Mannschaft passen. Also soviel an dieser Stelle zum Klub aus der Hauptstadt, jetzt wechseln wir in die Ostschweiz, dort kommt es nämlich zu einem Duell zwischen zwei Mannschaften, die zuletzt zum Teil zwar ansprechend gespielt, aber beide schon sehr lange nicht mehr gewonnen haben, St. Gallen und Lugano, beide haben sie in den letzten drei Spielen nur noch einen Punkt geholt, das ist natürlich sehr wenig für beide Mannschaften, können wir hier schon von einem Krisenduell reden? Nein, ein Krisenduell ist, denke ich, ich mache jetzt hoch gegriffen, ich denke, beide Mannschaften sind noch ein bisschen auf der Suche, gerade wenn man Lugano anschaut, Lugano hat nach dem ersten, zweiten Spiel, hat man gedacht, wow, die Mannschaften, die belebte Superliga, und das haben sie definitiv, aber die Resultate hinken noch ein bisschen hinten an, sie sind so ein bisschen, ja, ein bisschen schwer, in den Tritt reinkommen, sie haben sich in ihrem Anfangsflow verloren, sie haben eine Offensive, die man rein personell sieht, muss ich sagen, ist für die Superliga top, die haben es jetzt aber nicht mehr so performt, wie sie in den ersten ein, zwei Spielen gemacht haben, und sie hinken dem so ein bisschen hintendrei, auf der anderen Seite haben wir einen FC St. Gallen, der mit vielen Jungen sehr erfrischende Leistungen schon gezeigt hat, aber ein sehr grosses Gefälle in ihren Leistungen haben, also sprich, sie können halbzeit sehr gut spielen, das haben wir gesehen, gegen Ibe und der Halbzeit, wo sie einfach, ja, nicht das auf den Platz bringen, wo sie sich eigentlich vornehmen, also sind beide auf der Suche nach dieser Konstanz und ein sehr interessantes Duell, muss ich ganz ehrlich sagen und werde ich sehr genau verfolgen, was dort dann auch in St. Gallen abläuft, aber ich sage, spannend, aber von Krise würde ich jetzt bei beiden Mannschaften nicht reden. Ich möchte vor allem einen Punkt rausgreifen, den du angesprochen hast, Philipp, den mit den Jungen bei St. Gallen, das betrifft ja vor allem die Verteidigung, die hat bis jetzt immer gleich gespielt bei den Ost-Fitzer mit Silvan Hefti, mit Leonidas Tergiou, mit Jannis Lötta und mit Miro Muheim. Die zusammen sind genau 20 Jahre alt, im Schnitt, das ist für einen Abwehr unglaublich jung. Jetzt kommt es zum ersten Mal zu einer Rorschade, weil Miro Muheim, der Linksverteidiger, Gellroth, gesperrt ist. Es wird wahrscheinlich der Mäser Rufli spielen, einen 31-Jährigen, vielleicht gerade gut, dass man so ein bisschen zumindest von Barbira Fahrung in die Abwehr kommt. Ja, im Kopf hat ja schon den Rufli gespielt, also von dem her hat er schon mal Kontakt mit den Nähspielern und ich glaube, ob es die Junge ist oder nicht, ich glaube, wichtig ist wie talentiert und man sieht, dass die wirklich sehr gut zusammengehalten hat und dass sie wirklich auch vom Spielaufbau oder vom Verständnis her sehr gut harmonieren tun. Für mich ein bisschen, mehr das Problem vom FC St. Gallen ist ein bisschen das System, was man im Moment spielt. Für mich ist das System, das an der Zeidler spielt, mit dem Pressing auslösen, so jedes Mal und es ist ein bisschen zu viel, es ist einfach nicht mehr so organisiert, wie es es am Anfang war, als er gekommen ist. Es muss auch viel weiter auseinander, man hat die Linie immer nicht mehr gleich zusammen, man muss auch immer wieder ein bisschen breiter, hat mehr Räume, man kommt immer wieder einen Schritt spät und durch das gibt es halt einfach die Räume und St. Gallen kann nicht mehr den gleichen Druck ausüben auf den Gektor und ich glaube, das ist im Moment ein bisschen das Problem, was der FC St. Gallen hat. Schlussendlich gehen sie auch vorne angreifen, wie du richtig gesagt hast, oder? Man versucht eigentlich den Gegner vorne unter Druck zu setzen, sodass man einen Ball der Eroberung hat, nahe vom gegnerischen Goal, nur wenn man das anschaut. Die Goale, die sie gemacht haben, sind alle aus Standardsituationen entstanden, sie haben aus dem Spiel in dem Sinne noch kein Goal geschossen und ja, da müssen sie sich schon vielleicht auch vom System her noch ein bisschen finden, dass das Ganze dann könnte, ja. Muss die Mannschaft sich finden oder muss der Trainer sich Gedanken machen, dem System vielleicht etwas anzupassen? Ja, vielleicht ist schon der Trainer muss sicher auch mal studieren, oder er sollte das spüren, dass irgendetwas nicht funktioniert in seinem System. Und jetzt müsst ihr schauen, so ein Ansatz zu passen oder eben eins oder der anderen Trotschaden machen. Aber ich glaube, von den Möglichkeiten, die er hat, oder von der Mannschaft, muss ich sagen, jetzt hätte es eigentlich normal klappen. Aber die Sache ist einfach, dass wieder jeder genau weiss, wann greife ich an, wann habe ich die Unterstützung daran, dass die Kommanden wieder in Richtung man kann, man kommt vom Mittelfeld, dass du dem Stürmer sagst, jetzt kannst du gar nicht, dass der Stürmer einfach blind unsere Säckler tut. Und Mittelfeld und Verteidigung ist zu weit auseinander. Und ich glaube, auch diese Kompaktheit müssen wir wiederfinden. Wie schwierig ist es, dass mitten in der Saison die Anpassungen vorzunehmen? In der Vorbereitung kann man sich die Woche lang auf so etwas konzentrieren und das quasi einstudieren, mitten in der Saison haben wir die Zeit nicht. Das ist absolut kein Problem, für das ist dann hier schon eigentlich vom Montag bis am Freitag immer. Und wichtig ist einfach, dass man die Erkenntnis aus den Leistungen oder aus dem Spiel eigentlich zieht und dementsprechend dem eine gewisse Zeit gibt. Und wenn man sieht, wie der Schorsch das auch gesagt hat, dass es nicht so 100% funktioniert, dass man dann einfach mir vor allem ein Spieler ins Boot reinholt und sagt, hey, los, was haben Sie das Gefühl? Müssen wir da vielleicht etwas schissieren an der Taktik? Oder müssen wir irgendetwas ändern? Oder lassen wir es so bleiben? Kommt das schon? Also man kann das tägliche Arbeit, die man leistet auf dem Platz und dementsprechend hat man die Zeit, jetzt vor allem Anfang der Saison noch die ein oder andere Anpassung zu machen. Mit dem FC Lugano kommt der Gegner auf der FC St. Gallen zu mit grossem Offensivpotenzial. Eigentlich, muss man sagen, weil man nämlich die letzten drei Spiele anschaut, dann merkt man, was das Problem gelegen ist bei den Ticinesi. Null Goal in drei Spielen und das, obwohl es genug gute Chancen dafür gegeben hätte. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil im ersten Saisonspiel ist man noch extrem effizient gewesen, haben wir gerade 4-0 gewonnen in Zürich gegen der FCZ. Plötzlich treffen die das Goal nicht mehr. An was kann das liegen, Schorsch? Ja, das ist einfach sehr viel vom Selbstvertrauen ab von einem Spieler oder vom Stürmer selber, weil ein Stürmer lebt von dem und dann müsste er nicht Unterstützung vom Trainer haben. Und wenn man sieht, in der letzten Saison hatten Sie doch ein schönes Duo mit dem Gent und dem Garlinios. Und die hat er jetzt einfach auseinandergenommen, weil Garlinios sagte, ich will vielleicht weg. Und dann sagt der Trainer, du kannst wieder nicht spielen. Und das ist einfach eine Sache, die ich nie verstehen kann, dass man einen Spieler nicht weiterhinter abholt und sagt, lass, erzähl auf dich, wir wollen euch so. Und der Spieler sollte mal aufhören, wenn irgendein Klub kommt und ein bisschen mit den Geldscheinen wetteln lässt, dass man sagt, ich will irgendein Klub wechseln. Und das ist das große Problem mit zu sagen. Und klar hat er im ersten Mal gespielt, aber er hat vier Goli geschossen. Wie viele Goli hat er nachher in anderen Spielen gemacht? Da haben Sie keine mehr geschossen. Jetzt hat er angefangen zu rotieren, jetzt fährt er wieder an, wieder die Zahl zusammenstellen, ob es funktioniert oder nicht. Und man weiss, die Brasilianer, die sind sehr sensibel und sobald man das Vertrauen denen nicht gibt, sind die auf 50 Prozent wert. Und wenn der das Vertrauen zurückverkommt, wird er wieder seinen Goli schiessen. Selbstvertrauen ist Stürmer allgemein ein grosses Thema. Und wenn die dann eine Zeit lang nicht treffen, dann kommen solche Statistiken dabei raus. Wenn wir uns jetzt anschauen können, es geht um die Verwertung der Grosschance, also nicht Fallschance, sondern wirklich nur von den richtig guten. Und da ist eben der FC Luganer nur auf Platz 9 mit 14 Prozent, nur Servet mit 13 Prozent, ist da noch etwas schlechter. Das Selbstvertrauen, Philipp, du bist nicht Stürmer, sondern Verteidiger, aber trotzdem kannst dich sicher ein bisschen hineinversetzen. Irgendwann kannst du einfach einfach grübeln, wenn du vor dem Goal stehst, kannst du Gedanken zu viel machen vielleicht auch. Wie kriegst du das wieder aus dem Kopf? Das ist eben das Problem, das ich schon einmal angesprochen habe. Wenn du als Fussballer auf den Platz gehst und fängst an studieren, dann funktioniert es nicht mehr. Dann denkst du, was muss ich in dieser Situation machen? Jetzt bin ich vor dem Goal, oh, jetzt könnte ich scheitern. Aber wenn du einfach handelst, so wie du aus dem Training heraus, wo du sie klein auf gelernt hast, funktionierst, dann treffst du auch. Und eben genau in so Negativphasen musst du dich wieder einfach darauf besinnen, dass du dir einfach deine Arbeit machst, einfach spielst mit der Mannschaft und dann schlussendlich funktioniert es auch wieder. Also das Momentum wieder zu dir holen, dich auf Basis konzentrieren und nicht zu viel nachstudieren. Einfacher gesagt, das gemacht. Aber das Problem ist nicht nur mit dem Stürmer, sondern allgemein mit dem Spieler. Du musst intuitiv kennenbleiben. Da hat der Philipp richtig gesagt, wenn du studierst, was kommt es, wenn du solidärspielst, du musst intuitiv können handeln. Und der Stürmer ist sowieso noch extremer. Wenn der mir so überlegt, solid schiessen, solid pass, mach es schon vorbei. Und darum ist eben wichtig, dass der Selbstsicherheit zurückkommt. Und sobald man selbstsicher ist, hat man aber wieder das Buchgefühl, dass man einfach automatisch es richtig macht. Also, soviel zum Match zwischen St. Gallen und dem FC Lugano. Jetzt findet das Wochenende in der Superliga aber noch drei weitere Spiele statt, wo wir bis jetzt noch überhaupt nicht darüber geredet haben. Höchste Zeit, dass wir das ändern. Das Duell der Gegensätze. Der FC Sion steigert sich von Spiel zu Spiel. Nachdem die Walliser in den ersten zwei Partien nur einen Punkt holen, kämpft sich das Team von Coach Ancho mit zwei Siegen auf den dritten Tabellenplatz hoch. Nun will man auch gegen Luzern das Punktemaximum einfahren. Der FCL schlägt den umgekehrten Weg ein. Aus den ersten zwei Spielen gibt es vier Punkte. Danach geht Luzern zweimal als Verlierer vom Platz. Die Offensive ist in Stocken geraten. Das letzte Tor am ersten Spieltag gegen St. Gallen durch den abgewanderten Christian Schneulig. Thun gegen Servet Thun feierte vor zwei Wochen gegen Luzern den ersten Saisonsieg. Im Spiel gegen den FCL haben die Berner Oberländer ihre Stabilität gefunden. Ausserdem verlor Thun keine seiner sieben Heimspieler gegen Servet. Dieser Heimvorteil muss genutzt werden. Die Genfer erlitten gegen Basel die erste Saison-Niederlage. Im Köp konnte man jedoch mit einem 6-0-Sieg wieder Selbstvertrauen tanken. Eine wichtige Figur könnte erneut Servets Sebastian Wüthrich sein, welcher an allen drei Saisontoren seines Teams beteiligt war. Rot-Schwarz gegen Rot-Blau. Das Schlusslicht wartet als einziges Team noch auf den ersten Saisonsieg. Ob sich das ausgerechnet gegen Angstgegner Basel ändert? Für einen Exploit sollte Xamax vielleicht sein Kartenproblem in den Griff kriegen. Der FCB erstmals seit Wochen ohne Doppelbelastung. Gespannt darf man sein, ob Afimiku Pululu und Kemal Ademi auflaufen werden. Noch vor zwei Monaten retten sie den heutigen Gegner vor dem Abstieg in die Challenge-League. Setzt Marcel Koller auf die beiden Xamax-Kenner? Die offensiven Hoffnungen beim FC Basel überhaupt auf den Herren Ademi und Pululu Ruhe. Das hat sie Grund. Letztens ist beim FC Basel nämlich vieles nicht so gelaufen wie gewünscht. Oder um noch etwas klarer auszudrücken, es hat eigentlich eine negative Schlagzeile die andere gejagt. Nach dem Exploit gegen den PSW folgt die Ernüchterung gegen Österreichs Vizemeister. Die Heimniederlage bringt den FCB arg in Rücklage. Einer war im Hinspiel nicht dabei. Einen Tag danach folgt die Vollzugsmeldung. FCB-Golgetter Albion Erieti wechselt in die Premier League. Nur die Vereinskasse freut's. Zwischenzeitlich gewinnt der FCB das Ligaspiel gegen Servets. Verliert dabei aber Tauland Xhaka. Basels Aggressivleader fehlt im Playoff-Rückspiel. Dort bleibt die Wende aus. Linz ist zu abgeklärt. Der FCB zu schwach und glücklos. Der Champions-League-Traum ist geplatzt. Die nächste Hiobsbotschaft nach der Rückkehr. Bei Ricky van Wolfswinkel wird ein Aneurisma im Gehirn entdeckt. Der Stürmer fällt lange aus. Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Trainer Koller stürzt mit dem Velo und verletzt sich dabei schwer. Zuletzt noch eine Enttäuschung für viele Fans. Der Vertrag mit Jofra Seredier wird per sofort aufgelöst. Ein unrühmlicher Abgang für den Publikumsliebling. Es waren wirklich gerade viele negative Meldungen rund um den FC Basel in den letzten zwei bis drei Wochen. Wie stark kann das auf die Moral einer Mannschaft schlagen? Das ist sicher nicht positiv, wenn man so viele negative Sachen hat. Auf der anderen Seite hat man gewusst, dass Ayeti oder Van Wolfswinkel nicht spielen wird, dass er wirklich den Klub wechseln will. Von daher hätte man sicherlich schon beim FC Basel schauen müssen, dass man vielleicht einen Ersatz finden kann. Auf der anderen Seite gibt man natürlich sicherlich Pech, wenn man sieht, dass Van Wolfswinkel das mit der Verletzung, die er eigentlich zum Glück war, wenn man es heutzutage sagen kann, dass er die Verletzung hat, dass man das sieht. Und dann kommt noch das Pech dazu, dass der Trainer selber noch einen Unfall bauen tut mit dem Velo. Da ist wirklich die Pechsträhne gross. Das nachgut schon um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Umso wichtiger wäre es wahrscheinlich jetzt, gegen Sammachs ein Zeichen zu setzen, oder? Absolut. Sie müssen vor allem sportlich wieder auf die Spur kommen. Ich denke, klar ist das vom Kader her und alles, was sehr negativ gelaufen ist, aber ich denke, auch sportlich gesehen. Ich glaube, Linz, das genagt ihnen. Das ist ja immer das Gefühl, als Schweizer haben wir immer das Gefühl, wir sind in der österreichischen Liga, in der es im Fussballer ist, noch überlegen. Man hat es nicht geschafft, weil man einfach ungenügende Leistungen gebracht hat. Ich denke, das nagt ihnen mehr, noch nebst den personellen Veränderungen, die sie haben. Jetzt ist wichtig, wie sie auf das reagieren, als Mannschaft, die, die vorhanden sind, die Charakterköpfe, dass sie jetzt auch die Mannschaft mitziehen können. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie in Neuburg werden auftreten. Wir müssen aber wirklich noch über die personellen Veränderungen gleich noch ein bisschen reden, sorry, aber zwei Stürmer, mit Namen Kemal Ademi und Afimiko Puloulou, das ist für die Ansprüche vom FC Basel, ohne denen beiden zu nah zu treten, aber die haben beide noch gegen den Abstieg gespielt, mit Xan Max, letzte Saison. Kann das eigentlich nicht längen, für die Ansprüche vom FC Basel? Für die Ansprüche sollte es eigentlich, oder müsste es eigentlich, oder darf es nicht längen, weil Ademi ist sicher ein guter Spieler, Puloulou ist auch ein guter Spieler, aber das sind im Prinzip für mich auch Ergänzungsspieler zu einer Mannschaft, wie der FC Basel hat und darum habe ich vorhin gesagt, man hat ja gewusst, dass einer von den zwei Topspielern wirklich könnte gehen und da bin ich eigentlich erstäunt, dass Basel niemand in der Hinterhand hat. Das ist eigentlich eine grosse Stärke gewesen, die der FC Basel in den letzten Jahren oder in erfolgreichen Jahren kam, sobald das irgendein Topmann weg ist gegangen, hat man wieder den Nächsten mal bringen. Und jetzt hat man da auf das Mal einen Blick gehabt, man weiß nicht, ob man blauäugig ist gewesen und das Gefühl hatte, das wird sowieso nicht passieren, wir werden diese Mannschaft keiner zusammenbehalten. Das ist eigentlich für mich schon ein bisschen das Zeichen, dass dem FC Basel zum Teil gewisse Sachen verschlafen sind worden. Was genau schon passiert ist oder basiert im Büro von Rudi Zbinden, dem Sportchef vom FC Basel, wissen wir natürlich nicht im Detail, aber trotzdem hast du das Gefühl, es könnte den Namen rumschwirren, vielleicht auch in der Schweiz, wo noch Sinn machen würde, dann auf Basel zu holen überhaupt, wie einfach ist das jetzt nicht mehr? Nein, man muss natürlich auch den Zeitpunkt anschauen, darum ist mir auch gross zu diskutieren, der Wechsel von Maietti kam einfach zur Unzeit zu kommen, man war in einer Champions League Qualifikation drin, man konnte eigentlich dort wirklich ein Ausrufenzeichen setzen und dann geht er und dann ist natürlich die Zeitspanne wirklich gering, wie der schon gesagt hat, wenn man das Dossier auftut, das heißt Stürmer, was gibt es für potenzielle Stürmer im eigenen Land oder auch im Ausland, wo man eigentlich holen könnte, wo ihn 1-2-1 wieder setzen. Aber das ist ja vorher krass gewesen vom FC Basel, dass die immer wieder in der Hinterhand Spielerinnen Jetzt muss man praktisch verschlafen. Man muss sich gar nicht vorbereiten oder hat sich nicht darüber Gedanken gemacht, dass man so weit kommen kann. Ich meine, das sind schon gewisse kleine Fehler, die passieren. Darum reicht es vielleicht nicht mehr für, wenn man ganz an der Spitze kann. Leider reicht es für uns auch nicht mehr zum weiterdiskutieren. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich, Philippe Montatant, Charles Bregui sind dabei gewesen. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen zu Hause sind Sie mit dabei gewesen. Für Ihre Interessen legen Ihnen natürlich noch die Spiele von diesem Wochenende ans Herz. Fünf Stück sind Sie. Sie können Sie wie immer alle live schauen bei Teleclub. Ganz viel vergnügen hier dabei. Schönes Wochenende. Kick-Off wird präsentiert von Sporttipp der Schweizer Sportwette und die Spiele Untertitelung des ZDF, 2020